Musik Christoph Huber, ich bin Geschäftsführer im Modehaus Gahammer seit 1997. Johannes Huber, Geschäftsführer seit 2010 bei uns im Unternehmen. Mode bedeutet für mich Ausdruck meiner Persönlichkeit und Mode ist natürlich schon auch die Grundlage unseres Geschäfts und deswegen sehr, sehr wichtig für mich. Ich kann das ähnlich sagen, Ausdruck der Persönlichkeit, die Möglichkeit einfach die eigene Emotion, den eigenen Stil zu leben und ich freue mich sehr, dass wir in dieser wunderschönen Branche sind. Die Tradition ist für uns natürlich sehr wichtig, weil wir genau wissen, wo wir herkommen, wer wir sind und daraus entsteht schon unsere Philosophie, entstehen unsere Stärken. Und in dem Sinne ist Tradition sehr, sehr wichtig und gibt uns auch Kraft, immer wieder innovativ zu sein. Wir glauben ganz fest an eine sehr gute Zukunft. Wir sind heute ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Ich glaube, uns muss es einfach gelingen, auch in Zukunft relevant zu bleiben für unsere Kunden, dass sie einfach den Wunsch haben, ich fahre zum Gahammer und das lohnt sich, weil ich dort einen Freitag, weil ich dort natürlich einerseits die besten Teile, die beste Begleitung, die beste Mode finde, aber auch, weil ich dort ein Stück weit etwas Besonderes erlebe. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!